Aber ich kann nicht geheilt werden als Spacermain, was ist das für ein Kack? Oh! Aua! Oh ne Laser. Schade, man kann die Wälder nicht anfangen können. So, wie machen wir nochmal, dass man seine Waffe verzaubert eigentlich? Sepp, du brennst, ne? Oh, ist egal. Ich hab diese Ratte Keller. Ja, töten ihn! Oh, Katos! Wasch'em! Herr Glitzerhof, stell' den Hut! Jawoll. Boah, du solltest dich nicht festklaufen! Los, auf geht, auf geht! Wie vertaugt man seine Waffe eigentlich? Keine Ahnung. Sepp! Du kannst dich nicht heilen! Ja, aber ich kann dich mal trocken machen, dann brennst du nicht mehr! In diesem Spiel scheint es in der Tat zu fehlen! So ein Pech! Wisch ist! Jetzt! Boah, jetzt sind wir alle Nass, du Paten! Jetzt, was war das? Oh! What the fuck! Geht weg! Geht weg! Oh! Ja, natürlich! Warte! Oh! 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 Wie mies ist das denn? Also Blitzfeuer ist unfartet! Das ist übrigens kein PROD. Nein, nein, nein Nein! Eine Richtung! Oh, der hat jemand Pliegen beschworen. Agit! Tin! Julio! Keine Saung, dass du nichts zusätzlich wirst. Du brauchst einen Komple, der ihn nie wiederbelebt. Den Gedredid... Ah, wenn ich voll mit Dings bin... Ist ein Troll? Aua... Warte, hab ich meine Glot noch? Oh, Sepp, sogar sagen wir mal trocken. Was sind wir? Trocknen? Ich muss nicht. Oh, Hellday! Hoppagjörn! Grönn! Hat echt jemand die Story mitgekriegt? Keine Ahnung! Also ich war wieder Magier und ich bin weggekriegt? What the fuck? Warte, ihr habt die Idee... Oh, ich geb dem so einen Feuerball, Junge. Ich renne erstmal aus dem Weg, das tut mir nicht. Oh, die geht nicht. Oh! 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 Aua! 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 Wieso! Wir müssen die Strahlen kreuzen! Setz, mach deine scheiß Wand da weg! Nein! Bitch! Ey, du kriegst irgendwie alles in den Tiefen, könnte es sein. Hab ich die Schlacht verpasst? Ne! Rolaf! Ne Rolf! Demonstrationär haben wir... ... Haben wir die Leute getötet oder war das der Troi? Wir lieben es überhaupt nicht Troi! Das war ich! Warte, hier oben ist noch ein Torfrau. Sei ruhig! Mit einem großen Stein! Mit einem großen Stein! Roll dich! Oh! Oh! Was denn? Wie, da rutscht man ja! Ja, das war wirklich okay! Au! 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 Warte mal kurz! Guck! Warte, geht das? Warte mal kurz! 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 Also ich glaub irgendwie haben wir alle drei das noch nicht drauf so mit dem Zau. Jack Thomas kommt diesem Spiel nicht vor, aber wenn er es zählt, hättest du schon längst verloren! Das sieht aus wie das Werk von Goblins. Die überspringen... Oh nein! Ich hab's weggeklickt! Nein! Wie altig des Wettt ihr attraktes Superleg war waktiert! Scheiße! ... Die Power! Oh Gott! Elektro, die Power! Es bringt voll Bock, die mit dem Scheißfeld abzuschießen! Bam! Oh! Guck dir das an! Elektro, Feuer! Guck dir das an! Bitch! Dampf ablassen! Die sich alle nur heilen, die durchbewegen! Jetzt hört mal auf! WTF? Ich bin tot! Erfress! Das kann mich mit denen strahlen lassen! Ich frede! Ich frede! Ich mach mal alleine weiter! Tchoo! Du verreckst eh! Das muss doch in die Hülle gehen! Ich glaub alleine bin ich besser dran als mit euch! Hopp-Nars! Ah! Sagt der und tötet uns! Warte, ich stopp das Goldie! Ey, ich kann die Einfluss greifen! Was war das denn! Jetzt müssen wir hier hochgehen! Oh! 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 Das ist ein Video glaub ich! Ich will irgendwas cooles machen, aber ich weiß nicht was! Lauf mal da bitte drüber! Pfff! Warte! Ah! Hallo! Ey, das ist ein Zauberspruch! Das ist kaputt! Sag ich doch, dass es gut geht! Regen! Regen ist langweilig! Was? Mach's mit! Ich lebe einfach nicht heilen! Damn! Oh! Oh! Der sieht richtig aus! Hä? Wasser Eis soll Regen sein! Ja! Du musst dann der Tester drücken! Ich würde jetzt keine Blitz-Cars benutzen, bitte! Nein! Denk nicht mehr daran! Ich wollte gerade! Oh! Was? Trouble Trouble! Trouble Trouble! Trouble Trouble! Aua! Du musst nur A drücken und du stirbst! Was? Ich kann selbst halt voll nicht wiederbeleben! Ja! Das ist echt so! Mein Weg aus jetzt! Wie geil ist das denn? Ihr seid doch Nazi, bis wir jetzt trocknen! Mit Feuer und dann mit Hilfe! Und so noch! Jetzt ne... Ah! Ja, jetzt guck mal wie er da durchkommt! Der sieht auch aus wie Blatt Filme hier oben! ich sollte wohl auch in einem Bademattel durch den Wald springen hey legt sie mich an Gramps Workshop ah der ist auch nass Wacka Crack Wacka Crack Wacka Crack skoll k scatter prater hänkelt er sich ein oder ist der nur nass Krass ich glaube ich in den häufigsten Tassen drge es hohe du wirst aufpassen bei dem Strahlenseug du wirst wirst blöde von Sonne mit dem Torbauter bei ihm Prozent ich bin fein auch wie geil ich kann ich hab den warhammer das ist der warhammer nicht der warhammer auch auch hier hat das war nicht so gut der waren das ist der fokus gewalt mich wundert es doch dass wir bis jetzt Prozent noch nicht gewiped sind zum Glück gibt es seit dem Spiel kein Hardcore-Mode gibt es doch weil er bilden der Treibung wenn ich wusste Aua sind wir nicht an den Penis nein ich treffe mich nicht an so ich will gerade irgendwas nachgucken genau so haben wir ein Tor wenn die Gründin ist das meine Frau doch 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 sieht wie seine Frau aus Männer ich werde voll in den Fenster auf ey ich werde voll in den Fenster ey ich werde voll in den Fenster Aua wow Baaam wie soll er explodiert er auch nicht sieht cooler aus das ist der Königskopf wie kann man mit Tieren schlafen was was Pass mal auf nekrophilierkarten gibt es vielleicht auch noch Dacos kommt jetzt ah fuck jetzt brennt ich komm her ich hab den Guarhaber was wollen die eigentlich Rav den Tag ich stehe jetzt eigentlich von dem Warten das kann ich ja das das und das verdammt das geht ja nicht damn Aua das ist wie Robin Hood das sieht aus wie Robin Hood man wow Dustin Dumpst euch gerade ich bin groß Huuu ja wenn du fliege da die Flüge explodiert ist anschein ey wenn du da Blut machst man Der ist ja voll gewohnt man, der Bruder ist voll gewohnt. Gess mich mal wer! Ah, mittendrin! Ich hab nur dabei! Danke! Spitzel! Oh! Ah! Nicht die Strahlen falsch! Das ist echt blöd! Irgendwie gehen die Strahlen dann random voll in die Camper. Aaaaaaah! An seiner Stelle hätte ich die richtige Angst gehabt gerade. Da ist doch einer. Boah! Gerade irgendwie. Wee! Ey, warum? Ah! Das ist so voll der Anti-Multiplayer-Card, dieser scheiß Blitz. Hm? Das ist einfach irgendwas random! Boah! Jemand aufhörst du dich scheiß Blitz? Ich bin tot! Jemals! Wuhu! Ich lebe! Ess mich mal noch! Ja, ich lebe schon. Ich muss nur noch irgendeinen coolen Zauber finden. Was bringt eigentlich Gestein mit Arcan? Baaam! Das ist böse! Ah! Hi, Blatt! Wir müssen's wohl. Okay, alles was mit Steinen zu tun hat, ist eine Kugel. Und Blitz ist irgendwie immer schmerzhaft. Oh, ein Eisblitz. Oh, guck mal da. Was ist denn mit hier? Ja, toll. Nehmen Sie es. Oh, toll. Untersuchen. Was ist das hier? Okay. Warte, ich mach die frei, geh mal weg. Ach, hier. Bum. Ja, hat ja viel gebracht. Das wird passiert irgendwo. Ja, bloß auch mit diesem Feuer.